Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das meine ich nicht. Macht das für dich Sinn? Also ich find's zumindest nicht sinnlos. Pidgey? Sagen Sie, er hat sich mein Bruder bei Ihnen gemeldet? Was ist so geil an Pidgeys Leben? Lauter halbhützige Frauen-Geschichten, kein fester Job. Alter, du bist hier eifersüchtig. Was willst du eigentlich von mir? Dein Bruder ist weg. Pidgey ist endlich. Weißt du, letzte Woche wollte ich mir so eine Nespresso-Kaffeemaschine kaufen. Aber irgendwie ging das nicht mehr. Ich bin Arzt geworden, bin verheiratet, guck mir gerade Reihenhäuser an. Plötzlich konnte ich diese scheiß Kaffeemaschine nicht mehr kaufen. Vielleicht hatten Sie einfach die Schnauze voll von Ihrem scheiß Wichserleben. avere Vielen Dank.